So, dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn wiederfinden, ne? So, versteckst dich ja immer gerne, ne? So, so versteckst dich ja immer gerne. La 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 la, ich seh dich wieder nicht. Gini, siehst du das? Komm her. Du, du bist der Milka-Vogel, ja, für Berlin. Und der lässt, Gini, komm her. So, du bist der Milka-Vogel, ne? Alles gut, Herr Vogel? Willst du nach Berlin? Hm? Haha. Du? Deine Box ist da. Hopp. Eine Runde wegschieben. Ja. So. Schau her. Hallo. So, jetzt haben wir ja Luke. So, haben wir gezeigt, dass wir fliegen können, ja? So, Milka. Hopp. Und da hab ich dich, ne? So. Willst du noch mal in die Kamera gucken? Ja? Ja. So, hier geht's ins Reiseabteil. Hopp. Renn mit dir. So, Klappe zu. Hopp. Zutreben. Hopp. 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 So, du bist Nummer 1. Jetzt kommt die Wolke, wenn ich sie finde. So, bist du die Wolke? Da ist die Wolke gewesen. Da warst du. Komm her. So, Wolke, du bist Nummer 2. Gut, der Reiseprobe. So, die Fahrt. Okay. Du bist Nummer 3. Ja, die Fahrt. Du bist Nummer 3. Ich meine, Sie haben... Alles gut mit dir, ne, so, alles gut mit dir, ne, so, kleiner Vogel, du bist schon bald, ich hast die Vogel, ne, so, die, ja, Wolke, die kleine Wolkensame, ne, alles gut mit dir, die, die, die zu verreisen, ja, ne, so, und, so, hab ich die auch, ab, ich reise ab, so, 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 guckst du auch noch mal aus dem Fenster, hm, guckst du auch noch mal aus dem Fenster, ja, Wolke, jetzt geht doch die Reise, ne, so, das war's, so, 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 yeah, Vielen Dank.